So, herzlich willkommen. Ja, es weihnachtet sehr heute bei mir. Also aus einem Teich hatte ich viele verschiedene Dinge zubereitet, wie du hier siehst. Es gab gefüllte Herzchen, groß und auch noch kleine dazu. Dann habe ich eine Überraschungsbox gemacht, gefüllte Kuchen und weitere Kleinigkeiten. Ich freue mich über die Rückmeldung, wie es dir gefallen hat. Du kannst ja gerne vorspulen, wenn es dir manche Stellen etwas zu lange dauert. Aber ich habe es versucht, so kurz wie möglich zu machen. Aber auch, dass du jeden Schritt genau nachvollziehen kannst. Ja, jetzt viel Spaß mit meiner kleinen Weihnachtsbäckerei. Und wie immer, ich freue mich auf Rückmeldungen von dir. Viel Spaß! Kochen mit Ursula und den Heißluftofen. Tolle leckere Rezepte, schonendes Garen, Kalorien sparen. Erfahre alles zum Heißluftofen. Klicke hier und abonniere meinen Kanal und verpasse keine Tipps von mir. So, ich habe hier diese Fruchtbonbon. Und die packe ich jetzt aus. So, zehn Stück. Jetzt mache ich meinen Thermistabklau. Jetzt habe ich den jetzt Stufe fünfmal eingestellt. Und da schmeiße ich jetzt die zehn Bonbons drauf, auf das laufende Messer. So, das waren jetzt 27 Sekunden, Stufe fünf. Das ist genauso, wie ich das jetzt brauche. So, jetzt schalte ich mal die Waage ein. Das sollten eigentlich, wenn ich das so betrachte, 250 sind das, 125 ist die Hälfte, sollten das 100 Gramm sein. 90 Gramm. Und das dürfte jetzt 100 Gramm. Butter. So, dann habe ich auch meine Küchenware bei. Jetzt brauche ich Puderzucker. Und von dem Puderzucker brauche ich 80 Gramm. Erstmal auf Nullstein. So, das soll jetzt 80 Gramm Puderzucker sein. So, wenn man was her die Ware sagt. Na, die ist die Meinung, das sind jetzt 90. Ja, 95 Gramm. Das habe ich mir fast gedacht. Irgendwie findet meine Handware etwas. Und hier braucht sie eine neue Batterie, oder? So, ich muss auch noch brauchen, sind zwei Eier. Ja. Und die zwei Eier werden etwas aufgeschlöcher. So, mein Termin wieder zumachen. Und... So, nochmal einen Blick in den Topf rein. So sieht das jetzt aus. So, ich kann sie mal ganz kurz schlagen lassen, dass die Butter noch etwas mehr verrührt ist mit dem Puderzucker. So. Als nächstes brauche ich jetzt noch 180 Gramm Mehl. Dann schalte ich meine Waage wieder ein. 180 Gramm Mehl. So, sieht das jetzt der Teig aus. Also, so sollte der Teig jetzt von der Beschaffenheit sein. Also, genau richtig. Jetzt habe ich mir hier so drei, äh, vier so eine... Eigentlich um Kekse zu backen. Ich habe mich nicht geholt, weil die passen genau in meine Heißluft-Vertöse. Ich habe da die Ninja, die 551. Da passen die gut rein. Aber ich habe auch noch eine andere, die Kendo, die da hinten steht. Und da habe ich geguckt, da passen die Viere auch ganz gut drauf. So, jetzt brauche ich ein bisschen Platz. Ich kann die Kamera auch mal ein bisschen hier rüber schwenken. Hier habe ich von Dr. Oetker-Sorne, die soll eigentlich so auf Druck gehen. Aber das klappt irgendwie nicht so richtig. Ich mache das immer und drücke die mit Hand runter. Probier mal, ob es jetzt klappt. Hier habe ich so eine Spritztüse oben drauf. Und pült sich mit einem Löffel besser rein. Ich muss meinen Löffel wieder gelassen. Das sollte erstmal ganz gut lang. Setze ich die auf. Und mache das zu. Dann drücke ich die Masse schon mal runter. Die erste Kringel fertig. So, und die kommen jetzt in die Heißluftvortöse. So, habe ich die jetzt hier drin. So, ich zeige es ein. Herfri. 160 Grad. 5 Minuten hatte ich gesagt, ja. So, die Zeit ist rum. Die sind jetzt etwas angepasst. Und jetzt kommt von meinem Zocker, den ich klein gemacht hatte. Erfri wieder einschalten. 360 Grad. Und 4 Minuten nochmal. So, wenn ich mich jetzt mal anschaue. Dann fehlt da ein bisschen am Rand. Und da fehlt es auch noch am Rand. Jetzt mache ich folgendes. Ich schalte das nochmal ganz kurz ein. Dass es nochmal wärmer heiß wird. Na, komm. Ja, jetzt hoffe ich, dass es warm genug ist. So, jetzt mache ich dann folgendes. Dann stellt die Förmchen. Ja, psa. Jetzt klappt es nicht so, wie ich will. Mal kurz so senkrecht. Also, ich hätte doch noch etwas mehr nehmen können. Bin jetzt beobachtet. Es läuft jetzt langsam runter. Ich hoffe, es war warm genug. Bei dem sieht es schon ganz gut aus, wie es sich jetzt runterläuft. Dann nehme ich noch ein Schokoladenküppelchen. Also, ich mache jetzt mal ein Schokoladenküppelchen. So, habe ich die jetzt da in den Airfry rein. Jetzt schalte ich den Airfry auf 170 Grad. 170 diesmal. Und 8 Minuten nur. Dann schaue ich weiter. So sehen sie jetzt erstmal nach der Zeit aus. Jetzt lasse ich die etwas abkühlen. Dann werden sie weiter verarbeitet. Etwas veredelt noch. So, die Spannung steigt. Ich habe ja diese gefüllt. Da in der Mitte ist die Schokolade drin. Und jetzt gucken wir mal, was mit der Schokolade passiert ist. Also, so sieht das jetzt in drinnen aus. Relativ weich. Ich weiß es nicht, wenn ich die jetzt gefroren hätte. Aber die hätte man gleich danach anschneiden müssen, bis es noch warm war. Dann wäre es vielleicht noch flüssig gewesen. So steht es jetzt schon eine ganze Weile. Für Teil 2 brauche ich 20 Gramm geschmolzene Butter. Die schmilze ich jetzt. So, die habe ich jetzt hier. Da kommen jetzt 10 Gramm Puderzucker rein. Dann stelle ich mir meine Waage wieder auf Null. Jetzt kommen noch 30 Gramm von dem Reissirup, den ich hier habe. Die kommen noch dazu. Und das ist jetzt gut für Rühren. So eine zähe Masse muss jetzt anstehen. Und jetzt habe ich noch hier ein paar Kokoslocken. So. Jetzt probiere ich ein großes Herz zu machen. Und jetzt probiere ich noch ein bisschen. Und das kommt jetzt wieder in die Linie. 160 Grad. Wenn man das jetzt höher ist, dicker ist, 8 Minuten. Dann schauen wir mal. So. Ich habe noch mehr vor. Bei 160 Grad kommt das jetzt für sechs Minuten mal in den Ofen, dann schaue ich weiter, also in die Heißluftfrotteuse. Aus einem Grundrezept wurden sehr viele Sachen zubereitet. Einmal diese gläsernen Herzchen, diese kleinen. Dann habe ich sie hier auch mal anders, größer gemacht und gefüllt. Das sieht jetzt aus wie mit Ornamenten. Hier habe ich ein ganz großes Herz zubereitet. Hier ganz einfacher, auf der Rückseite auch mit Ornamenten. Dann habe ich hier mal so eine Zuckerringe, die man im Baum hängen kann, gemacht. Hier noch so ein paar Herzchen und Kringelchen. Das Ganze muss jetzt noch veredelt werden und hier wird noch was draus gebastelt. Also so war das jetzt hier in der Form, als ich das rausgenommen habe. Und da wird dieses Schweinchen drin versteckt. Wie ich das mache, das zeige ich euch auch mal Schritt für Schritt. Als erstes habe ich jetzt hier meinen Schmelztiegel angemacht und etwas Wasser rein. Dann habe ich hier Blockschokolade und schalte meinen Tegel auf heiß, bis die Schokolade geschmolzen ist. Diesen Schmelztiegel habe ich mir mal gekauft, weil ich habe mal Prasinen gemacht. Und da muss ja die Schokolade auch 100% genau temperiert sein und da ist die richtig ideal dafür. Und jetzt kann ich ihn auch wunderbar für meine Weihnachtsbäckerei benutzen. Hier hatte ich auch mal so eine Platte mit einem kleinen Loch drin und da hatte ich auch ganz einfach diese Förmchen genommen und da den Zuckerguss, was ich euch im Video noch zeige, rein, abkühlen lassen. Mit einem kleinen Loch drin, kann das auch wunderbar aufgehangen werden. So, jetzt habe ich hier Butterbrotpapier unten drunter. Für die Dekoration habe ich hier noch ein paar Herzchen und ein paar Pärchen. So, und das Ideal an dem Topf ist, jetzt hat die Temperatur erreicht, dann drehe ich das rum und halte meine Schokolade warm. So, hier habe ich ja meine kleinen Herzchen, mit denen fange ich jetzt an. So, die habe ich jetzt auf der einen Seite sachte eingetaucht und so lasse ich die jetzt etwas abkühlen. So, und die Unterseite habe ich mal mit denen etwas abgestrichen, weil da möchte ich ja nicht, dass das so viel Schokolade auf dem Papier festklebt. So, und jetzt werden wir uns an die Bastelarbeiten machen. Ich hatte ja jetzt hier noch Ringe gebacken, die offen sind. Die werden jetzt an der Unterseite mit Schokolade versehen. Und das kommt jetzt da oben drüber. So, und das lasse ich jetzt abkühlen. Da kommt mein Schweinchen jetzt rein. Und das Herzchen und Glücksbären. Hier hatte ich ja das zweite gepacken. Das wird jetzt ebenfalls von der Unterseite mit Schokolade versehen. Ruhig etwas mehr. Und jetzt... Das lasse ich jetzt abkühlen. Das ist festes. Und dann geht es da weiter. So, jetzt muss es noch komplett auskühlen. Ist ja schon ganz gut fest. Ein paar Stellen sind da. Und dann ist unsere Überraschung da drin fertig. Unser Glücksschweinchen da drin. Ja, das Video ist etwas länger geworden. Ich habe aber einzelne Abschnitte gemacht, wo du ja springen kannst zu den einzelnen Abschnitten. Hier siehst du nochmal in der Übersicht, was ich so alles schönes gezaubert, ja gekocht, gebacken hatte. Jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Und wie gesagt, ich freue mich gerne über Rückmeldungen. Und schreib doch auch mal, wo du herkommst. Und jetzt wünsche ich dir frohe Weihnachten. Bleib gesund. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal. Und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und du passest keine Videos. Ja. 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 Ja.